Guten Abend meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zum Forex am Abend, Ihrem persönlichen Markt aus und Rückblick. Mein Name ist Dennis Gürtler und wir am Mittwoch, den 18.02.2015, 18.55 Uhr ist es ganz genau. Die Indizes zeigten sich heute relativ lustlos, tendieren momentan hier unverändert. Gut, der Dow Jones gab ein wenig nach, aber alles in allem muss man sagen, die Aktienindizes bewegten sich nicht sonderlich. Der Dow Jones aktuell hier mit minus 0,18%, S&P auch mit minus 0,2%. Das hält sich also alles in Grenzen. Abwarten auf das Notenbankprotokoll. Das Protokoll könnte hier neue Hinweise auf den Zeitpunkt der ersten Leitzinserhöhung in den USA enthalten und dürfte auch deshalb eine starke Beachtung finden. Es ist nicht so stark wie ein Fettzinsentscheid, aber das Protokoll ist durchaus wichtig und sollte nicht unterschätzt werden in seiner Wirkung. Diesbezüglich wollen wir jetzt erstmal auf die Aktienindizes eingehen und danach besprechen wir die Währungen. Also der DAX momentan hier in einem leicht bullischen Marktmuster, allerdings auf dem Stundenchart hier auf dieser Zeiteinheit seitwärts gerichtet. Bullische Impulse sind ab 11.012 Punkten zu erwarten. Das könnte im Rahmen der Veröffentlichung des Notenbankprotokolls passieren. Alternativ wäre auch hier noch die Unterstützung zu nennen bei 10.600 Punkten, 10.550 Punkten. Da hat sich nicht viel getan. Also wenn man überhaupt Longpositionen sucht, dann ist es entweder bei einem erfolgreichen Durchbruch hier der aktuellen Jahres- und Allzeithöchststände bei 11.012 Punkten oder eben alternativ bei 10.650 bis 10.600 Punkten. Die Korrekturwahrscheinlichkeit nimmt deutlich zu. Sobald es unter 10.540 Punkte geht, dann haben wir ein Korrekturziel nach unten bei 10.300 und 10.100 Punkten. Erst bei 10.100 Punkten ist dann wieder eine nennenswerte, starke, übergeordnete Unterstützung, die hier den DAX durchaus nach oben treiben könnte. Das heißt, zusammenfassend können wir sagen, okay, so ungefähr ist der Plan für die zukünftigen Trading Sessions, wenn überhaupt Long, dann eben hier an diesen zwei markierten Pfeilen. Korrektursetup wäre maximal unter 10.550 zu traden und das übergeordnete Longsetup, das mache ich mal hier mit zwei Pfeilen nach oben oder drei Pfeilen, das liegt erst bei 10.100 Punkten. Das zum Thema DAX. Der Dow Jones ist weiterhin bullish, konnte aber keine nennenswerten Impulse setzen. Hier, wie gesagt, weitere Impulse sind zu erwarten über 18.070 Punkten. Dann haben wir Platz bis zum Jahres- bzw. bis zum Allzeithoch. So ist es richtig. Erst dann erwarten wir hier neue Impulse. Ebenfalls der NASDAQ, auch hier momentan seitwärts gerichtet, konnte zwar hier bislang die Jahreshöchststände aus dem November des Jahres 2014 überwinden, kommt aber aktuell, und das ist nicht verwunderlich, ein wenig in eine Stagnationsphase. Das ist soweit in Ordnung. Immerhin ist der NASDAQ auch hier knappe 170 Punkte direkt durchgestiegen. Eine Korrektur wäre hier also völlig normal und ist auch völlig normal. Unterstützungen liegen kurzfristig nochmal bei 4.345 Punkten. Wenn man kurzfristig auch traden will, dann wäre auch ein Ausbruch über diese Range interessant. Sollte man definitiv im Auge behalten. Es verwundert nicht ganz, weil wir gucken uns mal den Marktbreiten Russell 2000 an. Der konnte bislang noch nicht die Höchststände aus dem Jahr 2014 brechen, die hier im Russell konkret bei 1.231 Punkten liegen. Da drüber hat er Platz, aber das muss er auch erstmal triggern, das muss er erstmal brechen und vor allem auf dem Minimum, auf dem H4-Chart darüber schließen. Dann wäre Platz vorhanden und das wird auch hier, denke ich mal, einer der größeren Signale geben und werden, wenn wir hier auch für den Dow Jones weitere Impulse erwarten sollten. Also auf jeden Fall auf den Russell 2000 blicken und diesen im Fokus behalten. Im Eurostox, es sieht nach einem Ausbruch aus, er muss hier über die 3.475er Marke ansteigen können, das wäre ideal, dann hätte er Platz. Stop Loss wäre im Falle eines Bruchs bei 3.448 Punkten zu setzen, aber warten auf das Notenbankprotokoll, momentan hier abwartende Haltung und vor 20 Uhr ist da vermutlich nicht mehr mit allzu viel Volatilität zu rechnen, dann aber verstärkt natürlich um 20 Uhr. Blicken wir auf WTI, hier haben wir immer noch kein Long-Setup erhalten, allerdings bleibt das natürlich weiterhin aktiv, denn die Long-Position über 54,20 US-Dollar pro Barrel WTI bleibt natürlich im Fokus und ist weiterhin interessant. Ein Ausbruch-Setup untergeordnet, übergeordnet sind wir weiterhin short, da ist der Druck drauf, aber zumindest kurzfristig wäre hier ein Trade denkbar, Kursziel wäre dann die 56er Marke. Wir können das auch nochmal mit den statistischen Werten abgleichen, das heißt, hier hätten wir dann ein Kursziel bei 56, genau ausgehend von 54,10. Und das wäre durchaus ein interessanter Trade. Aber er muss es halt eben auch brechen, wenn er nicht liefert, dann kann man hier auch keine Long-Position aufbauen, denn hier liegt auch die wichtige Tages-EMA 55, die deckelt ihn durchaus. Und das ist natürlich einer der Faktoren, nicht nur die, sondern auch das Vorwochen-Hoch, das Vortages-Hoch, also einige markante Widerstände. Daher die Long-Position ist durchaus vertretbar, auch gerade vor dem Hintergrund der untergeordneten steigenden Tiefpunkte. Und gerade bei den gleichbleibenden Hochpunkten, so weit ist das in Ordnung, allerdings muss er liefern. Liefert der Chart nicht, dann ist der Ausbruch nichts wert, sollte man hier engmaschig beobachten. Kurze Worte zum Thema Gold, weiterhin unter Druck. Das sieht nicht gut aus, untergeordnet ist der Trend abwärtsgerichtet. Und da ist der Druck, wie gesagt, drauf. Absolut völlig intakter, abwärtsgerichteter Trend. Dagegen jetzt anzutraden, ist zu gefährlich. Momentan ist es so, dass wir hier jegliche Konsolidierungsformation bärisch aushebeln und diesbezüglich den Trend, den untergeordneten Trend fortsetzen. Von daher, Gold, das ist absolut negativ momentan, was der Chart hier liefert. Aber nicht nur da, der Euro-US-Dollar knickte genauso weg. Heute ging es nach unten, ausgehend von 1,1440, verlor er hier fast 100 Pips. Wir sind momentan seitwärts zwischen 1,1270 und 1,1535. Vielleicht bringt das Notenbankprotokoll den entsprechenden Schwung, das entsprechende dynamische Momentum, dass wir hier entweder einen Bruch sehen unter der 1,1260, dann ergibt sich hier eine schöne Short-Möglichkeit, bis in den Bereich von 1,1100. Oder eben der Bruch über die 1,1543. Dann wäre Platz hier auch 130 Pips, bis in den Bereich von 1,1670. British Fund US-Dollar, mehr oder weniger zwiegespalten, durchaus untergeordnet hier leicht long, aber der starke Widerstandsbereich bleibt natürlich aus dem Tageschart bestehen. 1,55 bzw. 1,5480 US-Dollar pro British Fund. Das muss er erstmal hier knacken. Und wenn man die Sicherheit um eine Stufe erhöhen möchte, dann wäre der Trendwechsel erst ab 1,5630 US-Dollar pro British Fund zu definieren. Momentan ist er durchaus auch nach unten hin stark unterstützt. Und gerade die Nachrichten haben hier eine positive Wirkung gehabt. Von daher, er ist momentan gut unterstützt, aber auch stark begrenzt. Die Trendwende wäre erst, wie gesagt, ab 1,5630 zu erwarten. Ein kurzfristiger Long-Trade im US-Dollar, Japanisch Yen würde sich eventuell ergeben, wenn wir hier die letzten hochsbrechen würden und das untergeordnete Bullish-O-Momentum damit fortsetzen könnten. Das heißt, wenn überhaupt US-Dollar, Japanisch Yen long, dann erst ab 1,1942. Der australische Dollar, US-Dollar zeigt sich schwach. Und wenn wir hier noch weiter, also wenn wir hier unter die 0,7770 fallen, dann haben wir hier einen Trendlinienbruch. Die Tiefs sind auch weiterhin fallend. Dann sollten wir hier weiteres Short-Momentum sehen. Für Long-Positionen ist er aktuell zu schwach. Und vor allem, wenn überhaupt Long-Positionen, wir müssen uns ja mal den übergeordneten Tageschart angucken. Jedes Mal, wenn wir hier in den Bereich der Tages-EMA20 gekommen sind, die blau, ich mache das mal vielleicht in einer anderen Farbe, machen wir es mal vielleicht ganz, ganz fett. Immer dann kam es infolgedessen zu einer etwas ausgedehnteren Korrektur. Das bedeutet, er ist weiterhin Short. Long-Positionen, wenn überhaupt, wären ab 0,7880 zu traden, dann bis in den Bereich von 0,8050. Übergeordnete Short-Positionen würden sich nochmal mit neuen Tiefs unter 0,7620 ergeben. Aber dafür muss er eben jetzt auch hier weiteres Short-Momentum aufbauen und auch hier weiterhin fallen. Das heißt, momentan ist es so, dass wir hier untergeordnet mehr oder weniger seitwärts gerichtet sind. Und diese Seitwärtstendenz besteht natürlich weiterhin. Und erst, wenn wir diese Seitwärtstendenz nach oben oder nach unten auflösen, ist mit weiteren Bewegungen zu rechnen. Alternativ nochmal hier das britische Fund gegen den australischen Dollar. Konnte heute durchaus aufgrund der Nachrichten sehr, sehr bullisch agieren und hier den abwärts geneigten Trendkanal brechen. Allerdings ist der auch schon weit in der Bewegung. 200 Pips ist jetzt durchgestiegen. Da sollte man nicht allzu viel erwarten. Das heißt, eine Korrektur wäre denkbar und wäre dann wieder kaufenswert im Bereich von 1,9735. Es ist riskant, weil übergeordnet hier immer noch die Trendlinie, die projizierte Trendlinie der letzten Tiefs ihn durchaus begrenzt. Also das wäre im Idealfall hier, da müsste er schon durchbrechen im Idealfall. Naja, das heißt, wir haben hier durchaus eine zwiegespaltene Situation. Sowohl der Short als auch der Long ist hier momentan eher kritisch zu werten. So, aber angesichts des Momentums, angesichts des Bullish Engulfings kann man hier auch noch nicht shorten. Das ist ganz klar. Pullback in den Bereich von 1,9740 wäre auch hier nochmal zu bevorzugen. Allerdings eben mit dem Risikohinweis, dass das im übergeordneten Setup durchaus zu Problemen führen kann. Aber zumindest eng gestoppt wäre es hier vermutlich machbar. Vermutlich wird auch das Notenbankprotokoll die notwendige Volatilität mit sich bringen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Es kommt in 54 Minuten. Ab jetzt passen Sie auf Ihre Positionsgröße als auch natürlich auf Ihre Stop-Loss auf. Good Trades. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir hören uns morgen früh. Auf Wiedersehen. Good Trades. Good Trades. Good Trades.